Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Aniröpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir geiles Schloss erreicht, haben uns ein Vivian gekreilt und ein Luftschiff und all war alles vermasselt. Ja, jetzt greifen wir uns ein paar Panzern. Super! Das machen wir hier platt. Ich habe schon wieder vergessen, wo der einen angefreift. Äh, zack. Ha. Den tue ich aber dann lieber nach unten. Äh. Aufsteigender Schlag. Voll. Aufsteigender Nebel. Voll missliebend, dieser Arme. Au! So. Wie viel AP habt ihr? Den nicht, okay. Ihr seid zu dritt. Aua. Aua. Das ist sonnig. Au! Au! Halt! Ah. Oh. Uuuh! Jeff concerns me. Und! Und! Äh! Ich verstehe! оль. Wieso konntest du kein Würst und Snape anlassen? Man macht doch mal so ein Kaiser! Ach. Oh, da war die Klau. Verdammt. Klau war es leer. Zack. Njum. Njum. Und Zack. Oh. Impact Cross. Und Zack. Wow, das war einfach. Kann ruhig jeder Boss so einfach sein. Ja, wie gesagt. Vier Leute gegen eine Armee. Äh, hä? Ja. 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 schiff ist aber auch nicht dafür verantwortlich man das ist mal ganz ehrlich okay wie lang und so we can set sail i have every available man working to get the ship systems under control it may take a few hours looks like we still have some time let's rest until then no is a role in aber nur zwei kinder wo ich schon einmal von kann war worauf ich schon mal von kammerler wird während der kriegszeit genau warum machst du klar dass keine fans die sieben nach was sollte das ja oder zack geht auch glaube ich weiß ja nicht doch schätze wieso kann ich nicht helfen agria hey du spacko sieh mal einander schicke hose da wird er ganz rot wie süß soll ich dir mal was sagen was du bestimmt noch nicht weißt ich habe mich beim studentensicht getreert als der punkstar ausgegeben und mir so zugang zu den datenmedizinischen hochschulen von talim verschafft ich kenne also alle ergebnisse deiner ehrlichen untersuchen größe gewicht und andere interessante details größe größe bitte sagt was normales geils tut fast einen entschluss und bleibt dabei zweifelt nicht an euch ja okay und eiver 5 6 7 8 ha 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 mit dem ende meiner gymnastikübungen nähert sich auch das ende von exodus und jude alleine was auch immer du sagst eiver was auch immer du sagst so wo ist der rest meiner ritter der tafelrunde nicht hier elise natürlich am allerwichtigsten erstmal sind die andere das gerade du bist wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du roan nicht helfen sie waren die 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 nicht das nicht das sie sie es die 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 Aber wenn jemand rauskommt, seine Geheimnisse sterben mit ihm. Aber ich erinnere mich etwas, was meine Eltern sagten mir mal. Sie sagten, dass die Menschen, die sterben, sind als Geheimnisse. Wenn das so ist, vielleicht sind die Geheimnisse immer mit uns. Selbst jetzt. Wir können sie einfach nicht sehen. Und das bedeutet, dass wir sie beschützen müssen. Ich sehe. Du hast recht. Gern geschehen. So, wo sind denn die anderen? Sie sind auch irgendwo hier am Rumhocken? Ich wundere mich, was diese beiden sprechen. Sie wollen mit mir sprechen? Sie sagten mir vor, dass du ein Böster im Körper geplant hast. Warum würde du so etwas tun? Warum? Wenn du musst, dann wirst du nie verstehen. Aber du bist immer nur ein junger Mann. Wie kann du dein Leben ausbauen? Die Antwort ist einfach. Ich erwarte meine Möglichkeit, um die König zu töten zu töten. Was? Das ist deine Grund? Gaius ist wertvolle der Throne. Das ist nichtverkbar. Also habe ich nur zwei Möglichkeiten. Resist oder Submit. Du bist ein starker Mann. Nein, du bist ein starker Mann. Du bist nur ein starker Mann. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, was du vorhin gesagt hast. Es scheint, dass Gaius ist, dass Gaius zu führen, dass seine Leute nach dem richtigen Weg geht. Du sagst, dass du ihn unterstützt hast? Gaius ist die einzige Hoffnung, wenn er seinen König verloren hat. Ich werde hier den Ratschagal besuchen. Ich werde hier den Ratschagal besuchen, bevor der Krieg mit Exodus. Mit Ihren Willen, natürlich. Eine gewisse Entscheidung. Ja. Es war irgendwie klar, dass jeder aus der Gruppe irgendwie was mit den Hauptbösewichten zu tun hat. irgendwie sind alle charaktere immer so miteinander verbunden rohn und bingol agria scheint irgendwas mit layout zu schaffen zu haben presser und elvin ja und elise ja und shoot und mila und gaius ist irgendwie immer so und jetzt auf der witz aus so mir was los warum stand in the cold what's wrong nothing don't worry about it are you sure maybe you should sit down and rest for a bit yes maybe this is simply fatigue I'll take up your offer feeling any better not really but don't worry about it maybe if we just chat for a while this will pass okay sure so uh what's the outside world like olympius what do you wish to know well stuff like the climate how the people are things like that I don't really know huh is that strange no I just figured you know something but it sounds like it's been some time since you've seen it well I don't think it's a matter of memory I simply just don't know hmm oh don't worry about it I was just curious that's all all I know is that spyrex use is rampant on olympius why would the people there rely on spyrex instead of just using their mantelopes using spyrex is easier no doubt the temptation was just too strong for them I have a question for you too actually what is it do you how do I put this you sure everything is okay you're acting weird today the ship is ready for departure please return to the castle I will do a little bit in the world erkunden I guess we should head back what so don't scare you Mila may I speak with you in private for a moment you two can catch up I'll just wait back at the castle das gespräch werden wir jetzt wahrscheinlich nicht hören oder nur wenn wir Milas Seite gespielt hätten dann müssen wir vielleicht worüber sie reden wollte kann ich hier raus kann ich Zeugs machen Carla genau verdammt warum nicht rote frage wie hier ist die seilbahn aber ich möchte gucken ob Carla irgendwas oder ob noch irgendwas anderes ist kommen wir hier aus der stadt raus hey bist du Carla ohne dieses Schweinchen kann ich unmöglich heiraten ich sehe in der stadt nach und ihr im monhochland ich verlasse mich auf euch Schweinchen 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 aber wir können gar nicht raus weil wir nur Jude dabei haben Zeit habe ich dann noch 1-2 Minuten okay werden wir sowieso nicht mehr viel schaffen hier sind so viele Nebenquests ach die sind alle abgeschlossen was haben wir noch was haben wir noch finderschwaninchen sagen wir selten gags gib ich nach schandu naja schon den rest von haben wir einen besucher äh hä hä rosa fahrendes markt genau na gut dann guck mal ob hier noch irgendwas ist dann beenden wir den part auch weil sonst wisst ihr jetzt nicht was wir noch machen können äh läden auf pappeln könnten wir versuchen hä glitzerte ja nicht gerade was ja zingalt ja so dann tun wir noch im Schnelldurchlauf ist so ne quest upsala was ne quest hallo je kälter es wird desto mehr Monster dafür muss unser Volk gedulden austrotter wenn die Natur so ungenedig wird kämpfen sogar Monster ums nackte überleben aber das bedeutet nicht dass wir das gefallen lassen dass wir uns das gefallen lassen müssen wir müssen diese Monster töten damit unsere Bürger sicher sind hiermit rufe ich sämtliche fähige Jäger auf uns bei dieser Aufgabe zu unterstützen vielen dank für eure Hilfe Bürger diese Monster verstecken sich mitten im Monhochland eure Aufgabe wird es sein die Monster in der Nähe der stummen Höhle ausrotten viel Glück ja haben wir wieder ne quest bekommen und jetzt haben wir keine Zeit mehr irgendwann aufzuballern kann ich überhaupt hier raus na gut ja dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss und jetzt